Urug Shimura Okay, Geistkampfhaltung, das ist heftig, Alter. Um einen Geistkampfhaltung einzunehmen, musst du entweder Mongolen-Anführer aus der Tarnung heraus niedermetzeln oder genug Gegner töten, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Es ist entschieden. Yarikawa wird für uns kämpfen. Doch habe ich noch Pflichten, bevor wir Fürst Shimuras Burg zurückholen. Genau. Genug. Warum sollte ich euch was tun? Was will mir der Vogel schon wieder zeigen? Ja, ja, was gibt es denn hier? Ah. Räder. Und, oh, Heimsuchende Träume. Geil. Lass mal sehen. Neues, neuer Mundschutz. Cool. Gekauft. Ich hätte mir aber gern so eine coole Maske. Warum kriege ich nie so eine coole Maske? Okay, die Stadt ist zurückerobert worden. Und nicht eingenommen worden. So. Dann. Schauen wir mal. Warte, es gibt noch was. Der Vogel. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, was ist denn? Was? Hä? Wo ist er? Wo? Was? Hä? Was will der mir denn schon wieder zeigen? Ja, ich komme. Vielleicht gibt es da, äh, Bambus. Äh, ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Okay. Sousi, Sousi. Okay. Sousi, Sousi, Sousi. Nein. Nochmal. Nein. Nochmal. Ich hasse das. Mist, ich habe doch Kreis gedrückt. Zu langsam. Zack, zack, zack. Ach, komm schon. Ich habe doch gedrückt. Nochmal. Nein. Nein. Yes. Oha. Ja, wie schnell muss man das denn machen? Ja, genau. Gar nichts geschafft. Also. Zack, 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 zack. Ah. Hi, oh, hi. Ha. Also. Zack, 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 zack. Ich bin viel zu langsam. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Jawohl. Sehr gut. Entschlossenheit. Gestiegen. Nice. Damit werden diese Rohin Buster, der auch keine Chance mehr gegen mich haben. Okay. Dann, äh, holen wir jetzt endgültig die unbesiegbare Rüstung von Gosaku. Ja, von Gosaku. Da ist der letzte Schlüssel und dann jagen wir ihm hinterher. Okay. Unbesiegbare Rüstung von Gosaku. Los geht's. Jetzt wird wieder gestorft nach der ganzen Action. Komm schon. Knapp. Bestes Pferd, Kage. Mein Schatten. Was? Schwarzfarbenhändler? Oh. Einer lebt noch. Okay. Okay. Was zur Hölle? Was ist passiert? Bean. Ihr habt wohl die falsche Karawane angegriffen. Haltet still. Ich beende euer Leiden. Nein, mein Herr. Ich habe diese Banditen getötet. Und ich höre erst auf, wenn der Rest ausgeweidet ist. Gehört ihr nicht dazu? Nicht aus freien Stücken. Sie zwangen mich dazu, um die Schulden meiner Familie zu begleichen. Ich arbeitete jahrelang für sie. Und als ich nach Hause kam, hatten sie meine Familie ermordet. Ihnen alles gestohlen. Ich werde erst sterben, wenn ich jeden Einzelnen umgebracht habe. Sie verdienen den Tod. Doch ihr schafft das nicht allein. Eure Hilfe wäre sehr willkommen. Mein Name ist Gomio. Jin Sakai. Zeigt mir, wo die anderen sind. Was? Eine bewegliche Schuld. Du bist im Begriff. Eine neue Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich fortfahren? Ja. Eine bewegliche Schuld. Beglichene heißt es doch, oder? Beweglich, ne? Wo habe ich dann weh gesehen? Eine beglichene Schuld. Bewegliche Schuld. Ich wünschte, ich hätte sie längst getötet. Wir tun es gemeinsam. Gehen wir. Los. Wo sind diese Diebe? Wenn ihr etwas Nützliches wisst, sagt es. Natürlich. Ich kenne dieses Lager gut. Dann spähen wir es mal aus. Sie sind außerhalb des Hauptwagers. Speer. Wir sollten sie zuerst ausschalten. Okay. Was ist das? Das Gebäude. Da haben wir Wasser. Dort bewahren sie die Beute auf. Okay. Was ist da drin? Da schlafen diese Bastarde. Das ist eine ganze Stadt, was die eingenommen haben. Ist jemand da drin? Das gehört ihrem Anführer, Goro Hachi. Er ist der Schlimmste von allen. Das Lager ist größer als erwartet. Diese Banditen bedrohen die ganze Präfektur. Gehen wir. Wir schaffen es. Sie werden alle sterben. Hinter euch. Idiot. Ich muss mal wieder eingreifen. 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 Rennt nicht einfach rein, ihr Idiot. Kämpft überlegt. Mit Mist. Taunt euch. Nein. Zack. Genau. Und vorbei. Die sind alle tot. Okay. 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 Ist da jemand? Ist da jemand? Hier kommst du nicht. Scheiße. Das ist sein Pferd niedergeschlachtet und dann ihn. Eigentlich wollte ich auf Bogen umschalten. säga... Den auf dem Pferd. Tschau. Sie wissen nur nicht, wo ich bin. Ah, dieser Idiot. Wie, da rennt der rein? Das ist doch nicht zu fassen, echt. Warte. Eigentlich wollte ich hier hoch. Ne, geht das nicht? Ah! Geht nicht. Okay. Ne, er rennt nicht rein. Tschüss. Jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich, jetzt haben sie mich. Aua. Was? Ja, okay. Ihr wollt euch mit mir anlegen? Ihr wollt euch mit mir anlegen, ja? Das will ich sehen. Ich dachte, ich sterbe. Rettet mich! Oh ja, toll, Alter. Jetzt stirbt der auch noch. Rettet mich! Ich rette mich mal selber, wie das damit? Aua. Aua. Aua, jetzt lasst mich aufstehen. Rettet mich! So, es geht noch weiter. Au. 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 Ach. Ach. Ne, das war dein Bruder, glaube ich. Der sieht fast so aus wie du. Okay. Eigentlich wollte ich nicht so kämpfen. Wo willst du denn hin? Und. Stirb. Okay. Gibt's noch ein paar Leinen. Das war's dann aber auch. Ich dachte, hier gibt's fette Beute. Aber hier gibt's gar nix. Wo ist der Anführer? Da steht auch noch einer. Hier. Habt ihr mich gesehen? Nein. Okay. Das Haus des Anführers wird ganz schön gut bewacht. Nein. Von allen Seiten auch noch. Kankerschütte, okay. Okay. Ciao. Und jetzt... Metzgern wir uns durch. Hup. Hup. Zack. Der Geist ist da. Flüchtet. Bitte. Das war's. Alle weggeschnetzelt. Niemand hier. Wisst ihr, wo sie hin sind? Mal schauen. Vielleicht kriegen wir's raus, wenn wir irgendwas finden. Vorräte haben sie auf jeden Fall. Hup. Wasser! Es war mir eine Freude... Goroachi! Dein Kopf gehört mir! Goroachi! Dein Kopf gehört mir! Goroachi! 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 이빌, lad ich你可以 jetzt parken! Goroachi! Wasson! Goroachi! Goroachi. Das darf nicht wahr sein ... isser! Du erschrik فيها! Pürز! Ah! Eita! Gotcha! Viking! Eita! Ich töte dich! Das will ich sehen. Sieht aus wie... Das sind Strohhüte. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe, hab ich gesagt. Rettet mich! Ja, natürlich muss ich dich wieder retten. Bleib jetzt stehen. Wo ist er? Bevor er drauf geht und die Mission fehlgeschlagen ist. Komm jetzt her! Scheiße. Er ist tot. Es ist vollbrach. Ja. Eure Wunden. Ich kann sie nicht behandeln. Ich hätte tot sein sollen, als ihr mich fandet. Ihr habt eure Familie gerecht, Gummiro. Mit eurer Hilfe, mein Herr. Jetzt bitte ich euch um meinen letzten Gefallen. Lasst meine Leiche nicht bei diesem Abschaum zurück. Versprochen. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Findet Frieden, Gummiro. Eine begleiten, Gummiro. Eine beglichene Schuld. Abgeschlossen. Talisman. Jawohl. Talisman. Okay. Jetzt sind wir wieder zurück. Aber ich wollte noch zu dem Schwarzhändler. Was war denn das? Kann man sich da komplett in Schwarz ein... ...hüllen oder wie? Schwarzhändler ist schon geil, Alter. Alles in Schwarzfärb. Ich habe ja den Weißhändler schon gefunden. Aber der Schwarzhändler ist neu. Muss nur seine Hütte finden. Das würde wo da oben sein. Nicht auf den Berg. Vielleicht da oben. Das sieht doch gut aus. Das ist eine Flagge nur. Was ist denn dieser verdammte Schwarzhändler? Hä? Er ist weg. Nein. Ich stehe direkt drauf. Komisch. Keine Ahnung. Ah, da unten. Schwarze Klamotten. Das sieht doch gut aus. Haha. Da haben wir ihn doch. Hallo? Jemand zu Hause? Meine schwarzen Farben würden euch nicht stehen, mein Herr. Ah. Schwarz bin ich Fan davon. Ein Samurai. Seid ihr lebendig oder ein Gespenst? Ich lebe. Noch. Und frage mich, was ihr hier tut. Ich war besorgt, das Geheimnis meiner Farben wäre nutzlos. Doch ein Samurai lebt. Meine Farben sind Mitternacht. Feuergeschwärzte Bäume. Sehnsuchtsvoll dunkle Augen. Bringt mir die Materialien und ich kleide euch ein, mein Herr. Gott. Okay. Ogen. Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Tadayoris Rüstung in Schwarz. Oh, schön. Alle in Schwarz, ne? Wieso kann ich die nicht wieder? Das ist doch zum Kotzen. Okay, die Rüstung habe ich vielleicht noch nicht. Aber Tadayoris Rüstung in Schwarz gekauft. Die Mongolen werden glauben, die Schatten kommen sie holen. So sieht's aus. Und genau so muss es auch sein. Die Schatten werden ihnen sie holen. Auch mit meinem Schatten-Kurzbuch. Schwarzbuch. Ihr werdet aussehen, als zöge die Dämmerung in den Kampf. Ja, man. Nice. Sonst noch was? Ja, das war's. Seht wohl. Okay. Dann muss ich jetzt natürlich... ...s auch noch anschmeißen. Schwarz. Wie die Nacht. Boah, sieht das geil aus. Junge. Okay, cool. Das sieht echt jetzt cool aus. Gefällt mir. Das passt aber das Stirnband nicht mehr. Mal gucken. Was gibt's? Vielleicht einen schwarzen Hut. Das wär's. Hab ich keinen schwarzen Hut? Bleh. Das sieht so dämlich aus. Äh, das passt nicht mehr. Nein. Nein. Ja gut, rot würde jetzt... Oh, das sieht auch geil aus. Das Stirnband der... ...der Furcht. Das würde... Das Stirnband der Furcht passt. Der rote... Der rote Strohhut passt natürlich auch, ne? Ne, aber ich... ...glaube... Das Stirnband sieht am besten aus. Jetzt bin ich... Sehe ich richtig aus wie ein Ninja. Richtig Schwert. Der Schwert. Das sieht... Naja, ich weiß nicht. Ich hab da schon... Oder? Hab ich nicht ein ganz schwarzes hier? Richtig schwarzes, geiles... ...das hier. Noch. Ja man, das passt. Nice. Sehr schön. Jetzt sind wir ein richtiger Ninja. Okay. Jetzt haben wir das. Äh... Dann könnten wir... ...eigentlich... ...die Stadt befreien... ...und dann die Quest hier machen. ...mit Fürstin... ...äh... ...Masako, ja. Freien wir die Stadt. Und dann reden wir mit Fürstin Masako. Hier ist irgendwo ein Ausbildungslager von Tomoe. In diese Richtung. Jetzt bin ich ein richtiger Ninja. Jetzt bin ich schwarz... ...wie die Nacht. Ich scheine in die richtige Richtung zu laufen. Hier ist der letzte... ...der Schlüssel. Okay. Okay. Okay, warte. Äh... ...doch. Ja, hab ich. Alles klar. So, es geht eigentlich, so viele sind das gar nicht. So, es geht einfach nicht. So, es geht einfach nicht. So, es geht einfach nicht. Okay. Okay. Das war knapp. Okay. Die zwei sind schon mal erledigt. Da draußen hat niemand was bemerkt. Gut. Stimmt. Ich habe vergessen den Bogen schwarz zu färben. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Sonst passt er ja nicht zu meinem Outfit. Okay. 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 Ja. Ja, ich will das. Ich will das. Ja, ich will das. Schwarzpulver, ich bin voll. Wie sieht es bei dem aus? Kunais. Okay. Okay, wie viele haben wir denn hier? Es sind nur noch die zwei. Nein, der ist mit dem Rücken zu dir. Ich kann sonst wirklich niemand mehr haben. Bye, bye. Sehr gut. Los. Er schwindet. Eine Ehre. Ich hoffe, dass ihr kommt. Vorsicht da draußen. Gut. Nummer eins ist befreit. Okay. Gehen wir hinten da. Da drüben sind auch welche. Kiste. Scheiße. Scheiße. Was war dafür? Nicht erwartet, dass hier oben einer ist. Ja, geil. Ah, stimmt, das habe ich ja auch noch. Niemand wird... Niemand sieht den, ne? Okay. Zack! Klar sind sie noch hier. Da drüben ist er. Oh, ich häng' fest. Das war knapp. Hat sich gerade gedreht. Okay. Ja, kein Problem. Sehr gut. Ich war noch nie so dankbar. Geht. Gebt auf euch acht. Okay. Ah, ist klar. War noch einer. Okay. Okay. Innen drinnen und außen sind noch viele. Zwei. Drei. Das ist so knapp. Beobachten wir erstmal. Der andere läuft um die Ecke, der wird die Leiche sehen. Drei, Drei. Sehr gut. Jetzt steht der hier. So ein Mist. Egal. Aborten, aborten. Jetzt. Schnell und leise. Sehr gut. Sind noch welche da, ne? Ja. Natürlich. Die sind da drinnen. Schau an. Für Haftbomben. So fast keine mehr. Was? Ach komm. Ach Mist. Ach. Alter. Nein, ich muss, ich muss raus. Lass sie in Ruhe. Verdammt. Zack. Ja, das war's. Ja, das war ein Mist, Alter. Das war jetzt natürlich blöd. Das hätte ich jetzt noch komplett leise schaffen können. Aber nein. Nein. Alles wird wieder gut. Wir dachten, unser Hof wäre verloren, Fürst Sakai. Haben die Mongolen den Schlüssel für Gursakos Rüstung? Nein. Ihr könnt ihn haben. Wenn mehr Mongolen kommen, gibt es nichts mehr zu holen. Der letzte Schlüssel. Ja, Mann. Laut dem Musikanten ist die Rüstung auf einem Hügel in Akashima. Dann auf nach Akashima. Wo ist Akashima? Wo ist Akashima? Achso, ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch... Verteidige die Geiseln. Die zweite... Äh... Was? Hier sind noch irgendwo welche. Habe die Stadt noch gar nicht komplett eingenommen, oder was? Ich dachte, das wäre der letzte. Dann geht es noch nicht auf nach Akashima. Aha. Das sind richtig viele. Gut. Uh. Scheißhund. Dieser Mistköter. Komm schon. Warte, da! Mist. 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 Nein! Das ist tatsächlich noch einer. Das war's jetzt aber. Das Gehöft ist befreit. Jawohl. Jawohl. Hm. Alles klar. Drei Kilometer. Wo zum Teufel ist denn bitte? Ja, genau. Ganz da unten. Ja gut, dann... Machen wir eine Schnellreise dorthin und holen uns diese Rüstung. Auf geht's. Komm schon, KG. Komm schon, KG. Los geht's. Dein Ernst? Dein Ernst? Ich wollte eigentlich reinschleichen, aber gut. Vorräte. Vorräte. Was ist das? Okay, die Ablenkung hat eigentlich gut funktioniert. Da oben. Ja, schön da oben. Da komm ich nicht hin, du dummer Vogel. Mist. 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 Den Grabeingang finden. Ah. Das überwachendes Grab. Toll. Nein. Wieso komm ich da nicht hoch? Die Mongolen waren schneller. Na toll. Moment. Ich komm nicht rein. Ich muss die wahrscheinlich erst alle besiegen. Na toll. Wo ist der? Wo steckt der? Oh, oh, oh. Oh, oh, tschüligong, hallo! Oh, rete, aua, hasso, hasso! Ja, 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 ihr Mistkerle mit euren Scheißbögen. Ah, ich hab mich getroffen. Komm her, jetzt! Au! Alter, was? Ey, was ist denn los? Kämpfen wir auf dem Stein. Wow. Das war's. Spritz mich nicht immer voll mit deinem Blut. Schade, ich das fand, dass man das jetzt nicht machen konnte, ohne die zu töten. Einfach an denen vorbeischauen. Die abgelenkt und ich hätte da hoch können. Aber nein. Vielleicht passt einer der Schlüssel. Okay. Verschlossen. Vielleicht passt einer der Schlüssel. Das scheint sein Grab zu sein, aber ich sehe keine Rüstung. Wo soll denn diese Rüstung sein? Hä? Ah. Okay. Da. Ach so. Wer die Augen aufmacht, ist gleich im Vorteil. Na klar im Vorteil. Und hab. Und hab. Und hab. Das ist eine Prüfung hier. Da unten ist ein Schrein. Ah. Okay. Ja. Nein. Verdammt. Zu früh losgelassen. Ah. Oh Gott. Das war aber knapp. Das gibt's doch nicht. Wie hoch hat er denn bitte die Rüstung versteckt? Das kann doch nicht sein. Moment. Hat er sich wirklich auf diesen Berg gebracht? Da ist sie. Tatsächlich. Aber oben auf dem Berg ist sie. Gosakus Rüstung. Gosakus Rüstung. Die Mongolen werden ihre Macht am eigenen Leib spüren. Robust. Überraschend leicht. Der unbesiegbare Gosaku. Der unbesiegbare Gosaku. Abgeschlossen. Endlich. Deine Legende wächst. Der geisterhafte Samurai. Nice. Gosakus Rüstung. Was kann die eigentlich? Mittlere Erhöhung der Gesundheit. Mittlere Taumelschaden. Schon geil die Rüstung. Auf jeden Fall. Kann man echt nichts sagen. Jetzt haben wir sie. Aber ich bin trotzdem ein Fan noch immer von Tadaioris Rüstung. Die ist einfach mega. Und Gosakus Stirnband. Oh, das können wir uns aber mal angucken. In schwarz. Gekauft. Und ein Talisman. Gucken wir uns auch mal an. Windglocken verströmen giftige Dämpfe. Die Gegner töten, die sie aufheben. Oh. Oh. Das ist ja geil. Welchen habe ich jetzt aber raus? Erhöhten Fallkampfschaden. Was ist das? Bei 50% weniger Gesundheit stellt Heilung zusätzlich wieder her. Ist gut. Äh. Gesundheit. Oder weniger. Äh. Schaden um einen mittleren. Ich weiß nicht, was ich jetzt weggemacht habe. Was wichtig ist. Das kann natürlich sein. Ich habe voll viele Goldene. Warum benutze ich eigentlich keinen Goldenen mehr? Habe ich auch einen mit Pfeile Gold. Pfeile lautlos. Das ist ganz gut. Äh. Ein Kopfschriftstreffer hat die Chance von 40% einen Pfeil zu erstatten. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme den hier. Lautlos. Zack. Tot. Hört man nicht. Nice. Was haben wir hier? Talisman der Heilung. Haben wir da auch einen Goldenen? Nee, haben wir nicht. Jetzt habe ich alle Goldene verbaut. Die sind natürlich besser, die Goldenen, ne? Okay. Cool. Nice. Nice. Nice.